Valentin klagt immer wieder darüber, wenn sie Make-up aufträgt, dass es über die Sorgenfalten oder Denkerfalten immer wieder zu Rillen kommt und dass sie das sehr störend findet und sie auch alt oder älter erscheinen lässt. Und das möchte sie natürlich nicht. Sie möchte aber auch nicht, und das ist hier klarzustellen, eine so glatte Stirn, dass es dann nicht mal zum Gesicht passt. Das möchte sie natürlich auch nicht. Und um diese natürliche Art und Weise hinzubekommen, hat sie eine ganze Menge Videos oder auch teilweise mit Patienten von uns gesprochen und kommt jetzt hierhin und die Behandlung haben wir hier jetzt bereits durchgeführt und sie wird dieses Problem in den nächsten sechs Monaten, solange wir das Ganze halten, hier mit Sicherheit nicht mehr haben.